Let's hoppin' oi. Let's hoppin' poppin' Folge 211, krasses Licht. Dankeschön. Sehr gerne. Super gerne. Dann, ich freu mich nicht wieder bei Twitch Clips. Ja. Ja, da, definitiv. Schönen Kontakt wünsche ich dir. Bye. Ja, Leute, ihr habt's gehört. Twitch Clips Germany einschalten. Das ist Wahnsinn, die Jungs, die machen einfach mal gar nichts. Gar nix, gar nix, gar nix, gar nix. Tot. Warum schickst du mich in die Halle? Tutorial abgeschlossen. Tutorial abgeschlossen. Wie? Das war Text zu spiel. Was? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott. Pauli, mach das bitte nicht. Oh mein Gott, Pauli mach das bitte nicht. Das war Death, Bowd~~ Warum geht es aus? Meine Güte! Alles auf der falschen Seite, Schatz! Was? Als wenn der... Ja klar! Oder Dino, der Drache! Wenn du noch gechillt devilt willst, kannst du ja jederzeit in dem Dach rumgründeln. Ja, ich hab so... Ich lebe noch! Glaube! Ja, klar! Ja, das hat so ein bisschen so Unglaube ausgelöst, weil man ja schon irgendwie dachte... Ich wurde gerade literally gekock-slappt on stream. Ich hab ihn gerade am Ende. Ich hab ihn gerade am Ende. Du kannst dir alles gut auszupen. Ja, du kannst. Ich hab Angst. Mach es. 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 Mach. Mach es. Wool Bennett. nicht. Mus público. Was war das jetzt? Oh Gott, was ist denn? Oh Gott. Ja. Plus zwei. Digga. Wow, das ging schnell. Null. Ja. Das ist null, denn es sind zwei blauen Würfeln. Wie kannst du das so schnell sehen? Ich hab grad mal zwei Würfel angeguckt. Es liegt doch da. Ah. Plus zwei. Ja. Oh Gamer. Plus zwei. Ach. Sechs plus. Mann, ja. Alter. 10, 15. Ich guck gar nicht mehr, ob bei mir grün ist. Das ist korrekt. Beim letzten Wurf. Das heißt Team Blau muss ums Stechen kämpfen. Wie assi ist es, wenn ich laut sag? Es ist der letzte Wurf. Bitte Olli. Ach doch. Ach doch. Ach doch. Sechs. Sechs. Es sind elf. Minus sieben. Ne, es sind vier. Vier. Ja. Ja. Oh, gut gemacht. Gut gemacht. Stark. Okay, mein Fehler. Ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Ich hab dir vertraut. Geh dir vertraut. Die Gerüchte kriegt man nie wieder weg. Wieder weg. Okay, okay. Ich hab dir vertraut. Mir kissen. Ah. Oh, sorry. So. So? so etwa oder lieber nach hinten wo guckst du hin wo guckst du hin ich weiß es auch nicht ich weiß es auch nicht aber kriegst du was sehe ich hier auf twitch was ist das wenn die show start waiting for ads to finish no it didn't start okay da mag jemand wo sehr dolle hähnchen schwerter sticker wolle sechs gut dass die frame rate jetzt hier noch ein bisschen mehr abkackt ist glaube ich verständlich ja hier haben wir ganz viele hühner quatsch hühner schweine was für schweine wie heißt es dann mal für das halbe freibad die geburt und die helden ist man das luft am sicherheit für kinder wie heißt das schwimmflügel ja ich möchte auch nicht so sein ich möchte gerne auch so sondern ihr wisst schon so ein harter gartenzwerg sein wie hat er 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 im garten wie heißen das nur die harten kommen in den garten es hat nichts mit gartenzwerg zu tun oder ich hab essen und ein auf wiedersehen er sind nein oh mein gott was von nicht von hinten nicht von hinten das funktioniert so nicht ich weiß ja nicht wie meinst du ich würde einfach raus gehen ein doch wir machen das zusammen alter die hat ja die muss ja richtig durchgenierte oberschenkel haben also die hat definitiv ein lag den übersprungen der macht sich aus jetzt ich habe zwei hände zwei hände nein nein und ich kann jetzt mal oh gott oh gott jetzt vor mir jetzt vor mir jetzt vor mir auch du scheiße ach du scheiße okay oh gott ist so ein schreckliches spiel er doch neid ist so ein schreckliches spiel bild hat ist meine schuhgröße als sohle das schuhgröße in dem fall hier 49,5 also hier ist eine coladose vor scale ich liebe die tatsache dass coladose vor scale funktioniert danke nein ja 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 nein holen nein ich darf kein eifel trinken weil mein schatz nicht mag wie ich dann mit anderen menschen red wie redest du denn da mit anderen menschen chrissy euch schnecke ich hab 100 hektar so richtig klein aber ist anscheinend größer keine ahnung so viele vorteile die du als mann hast die ich jetzt nicht erwähnen werde ich denke mir das genau so dieses gefühl einfach vom kopf her es macht mich total ge... entschuldigung wenn dieses gefühl dass da was rauskommt und dass man irgendwas voll spritzen kann so es tut mir voll leid aber das ist so ein macht gefühl dieses waaahhhhhh und ich würde ich sag euch wenn ich ein typ wäre und ich würde alleine wohnen ich würde alles bespritzen meine wohnung mein kühlschrank meine meine schrank um den zu zeigen wer der boss ist es tut mir leid es... 저는 ne informing acht printer die leid esotinien tactical die leid military books besckt okay la daran nicht ganz unten was eine frage stellen ich fand sehr gut wie talentiert du weiterhin deine kunst auch jetzt hier auf einer leinwand zu besten gegeben hat das interview weiter weiter die frage ist schon fast vorbei wie sehr hast du dich jetzt hier wieder so gefühlt wie wenn du das zu hause die sehr kannst du diese kunst noch genießen wenn du vor tausend leuten steht sie das alles feiern was du machst zusammen mit schiago dieses dieses dreier gespannt für mich so ungewöhnlich und ich wollte mich eigentlich nur zur ruhe begeben aber plötzlich kriegt ein eindruck von wir sind nummer eins und schon bin ich hier man wenn mich ruft kommt ja guck nicht so du bist unangemessen das licht macht echt krasses licht das licht macht echt krasses licht also ich meine ich meine hier an technik schwierig gerade mit dem wasser ich mach die drauf mach die drauf mach die drauf mach die drauf ob ich angespannt war chat ach chat ihr kennt mich doch doch nur weil ihr jetzt bisschen aufgeregt wir können doch kleiden ne hallo scheiße jetzt okay wir können nur kleiden wenn wir nicht auf einem mount sitzen das licht macht echt krasses licht also als akkreditierung akkreditierung scheiß wort ey wenn ich mich akkreditier akkreditieren schaffe heißt es so wenn ich mich akkreditieren schaffe dann überlege ich mir vielleicht auch zur gamescom zu gehen bitte es ist der erste okay es ist der erste es ist alles entspannt es ist alles gut wir können alle ein bisschen aufatmen und einfach unsere Ohrläppchen masturbieren ich bin drin hilft ihr das jetzt weiter au ne was war das denn jetzt habe ich ein bild da haben wir den kentucky fried chicken typen ach ne es ist so ein stein Entschuldigung es sah aus wie general sanders bitte 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 es ist so ein grappischer es ist wirklich nicht Oh, geht's, geht's. Äh? Ja! Äh? 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 Oha, mega! White Moose, yeah! Also, wenn ihr da nicht bei den Weifusern kommt, dann weiß ich auch nicht. Oh, das Licht ist wieder krass. Ich sag kein Ding, Polly. Grüße gehen raus. An der Stelle! Das Licht macht echt krasses Licht. Ach, der Arsch da! Der Arsch da! Uuuuuh! Sex! Ah, guck mal, du, du musst noch mal runter. Tschüss! Winke, winke! Ey, nein! Unfair! Ja, das war ein Karma-Sneeball. Ja, Karma-Strikes-Fall. Oh! 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 Oh, Gott! Oh! 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 Oh, Uhr nachts dann in die Küche deiner Schwiegermama gehen und dann den Hof noch mal anmachen für die Pizza, habe ich gesagt, ja scheiße, ich habe aber richtig knast, aus dem Tiefkühlfach geholt, mich da zwei Stunden drauf gesetzt, dann war die halt nicht gebacken, aber die war wenigstens aufgetaugen. Die soll ja auch gebacken werden. Ja, ja. Die waren auch nicht gebacken. Mach mal 100. Okay. Oh, das Licht, der leuchtet wieder richtig kreis. Das Licht macht echt krasses Licht. Okay, magst du die jetzt klein machen? Die, ähm, das Brokkoli? Den Brokkoli. Och, was ist mit dir heute? Deutsch ist heute nicht deine Stärke, ne? Kannst du aufhören? Gut aussehen ist wohl auch nicht deine Stärke. Und nicht nur heute. Das hat Spaß. Das hat nicht Spaß auch. Der ist heiß. Du neigst so aggressiv. Ich sehe immer gut aus. Ja, das ist schon dunkel. Das ist schon okay, bitte. Hör bitte auf, hör auf. Ah, ah, sie schlägt. Ah, ich bin doch hier. Ach, du bist ein Bild? Ah, okay. Upsi, upsi, sorry, sorry, sorry. Nein, Motorrad. Gut, gut. Alles gut. Oh, hi. Ich nehme das Auto und ich kann endlich mal zu Ikea fahren und ein paar Möbelstücke, die ich hier noch brauche, selber mitnehmen. Ich sehe Vic gerade im Ikea stehen. Passt der Schrank in mein Auto? Und der Verkäufer, was haben sie denn für ein Auto? Und Vic so, ein grünes. Und der Verkäufer so, ne, das passt nicht. Bibi. Ja, Bibi. Guck hier, da. Bibi. Haha, der Doggo. Guck mal, wie der hinguckt. Der guckt, der erkennt den. Der Doggo. So ein cuter. So ein good boy. Fine. Hey, Noxus. Hey, Shelly. Ne, guck, das ist nicht lesbar. Dass sie nicht beschädigt und verschmutzt ist und nicht falsch rum drin liegt. Es liegt falsch rum drin. Ich neige sie mal anders rum rein. Das wäre komisch, aber ich neige sie mal anders rum rein. Es ist falsch rum drin. Das kann jetzt nicht da ran liegen. Bitte nicht. Ne, 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 ne. Äh, hola, ich hätte gerne ein bisschen Licht. Lumos, Maximus. Hö, äh. Ich lass das Licht werden. Das Licht macht echt, lass das Licht. Zeig doch mal, wie die Kamikaze-Piloten das machen. Ich glaub, Kapuze braucht einen neuen Stuhl. Oh. Scheiße. Ich bin auf die Webcam angekommen. Ah. Ups. Webcam ausgeschalten. Ups, du. Scheiße. Ach ne, haben wir das schon probiert? Die Zeitschriften dem Wahrsager-Typik geben. Das bringt nichts. Der will ne Kugel haben. Schau mal, der Mehrplatz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleischwut bestätigt. Männer mit Frisur-Vakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer das Schiebedach offen lassen. Wow. Wenn das so ist, ähm. Fancy Big Brain. Ich hab mich mal Servierten reingemacht. Das sind so schöne Hunde, ne? Oder noch ein weißes Top. Uiuiuiuiui. Oh, ich liebe das, ne? Oh, ich liebe das. Das hab ich auch mal bei Schulbüchern gemacht. Weil ich Schulbücher bekommen hab. Das war das Erste, was ich gemacht hab. Weil ich Schulbücher bekommen hab, erst mal so richtig schöne Nase. Man versucht dann ins Witzspiel zu lecken. Soll ein bisschen süß sein. Oh Gott. Oh, hier ist ein Tischschalter oder was? Ach nee, oh nee, das ist bloß auch ein MP3-Fleer oder sowas. Was? Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Du musst halt einmal an Carrie King denken. Ja, da wär nicht. Der gute Carrie. Wie ich diese Serie gehasst habe. Was? King of Queens. Es geht um Cary King, der Gitarrist von Slayer. Ich dachte, es geht um Curry. Ich sag, es geht um Cary King. Begging vor endgültigem Urteil Selbstmord. Begging. Ach, beging. I'm begging, begging you. Hau raus, was mit der Schneekugel? Ich hab als Kind... Also als Kind steckt man sich ja viele Dinge manchmal so in den Mund, ne? Und dann hab ich mir tatsächlich eine Schneekugel in den Mund gesteckt und hab den nicht mal rausbekommen. Oh! Okay, womit wurde ich gefrontet? Ich hab was Nettes gesagt. Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, hier ist jemand bei mir im Chat, der krass hooked on Streetfighter ist. Der, der was guckt uns gut in Streetfighter ist? Ja, er ist krass hooked on Streetfighter. Mein Gott, du versuchst auch jung zu bleiben, um ihn zu... Ich hab nur vorgelesen, was im Chat steht. Wenn... Oh, das sieht nicht gut aus, was da links ist. Hallo? Ich bin links! Ich bin links! Junge, Junge, da ist aber wieder viel passiert im Gamingland Deutschland. Ja, so manches Missgeschick und mancher Schabernack führte zu einem kleinen Schmunzeln. Hihihi, das waren die Twitchclips. Ich freue mich auf die nächsten. Das haben wir jetzt nicht verstanden. Ihre Kamera war links, Rory! Ihre Kamera war links, Rory! Du Boomer!